Hallo, ich bin Anthony Utama. Ich komme aus Neuseeland. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut. Dein Deutsch ist nicht so gut, weil du bist doch gar nicht so lange in Deutschland, oder? Sechs Monate. Und ich bin hier in Deutschland für Liebe. Für die Liebe. Ja. Ich habe meine Freundin in einem Hostel getroffen in Vietnam. Sie ist das Wichtigste zu mir. Ohne sie werde ich total verloren. Und wie gefällt dir Deutschland? Deutschland ist schön, die Menschen sind schön. Ich liebe Schnitzel und Haxe. Ich mag Fleisch. In Neuseeland habe ich im Marketing gearbeitet. Okay. Aber ich liebe Musik, also ich bin auf der Musik konzentriert. Wenn ich ein Kind war, habe ich Violiner und Klavier gespielt. Aber jetzt in Deutschland, ich spiele Straßenmusik. My head is in the clouds. Vielen Dank. Schönen Tag. Das Geld ist okay. Es ist nicht viel. Aber ich kann leben. Sehr mutig. Ist er so ein mutiger Typ? Ist er wirklich. Also wenn er was will, dann macht er das auch richtig gut. Er ist stur. Wenn er was will, dann will er das. Vermisst du deine Heimat? Ich vermisse meine Familie. Aber hier in Deutschland ist es ein Abenteuer für mich. So ich bin glücklich zu hier sein. Ja, deine Familie vermisst dich ganz sicher auch. Ja, ja. Ja und die wollen dir natürlich auch nochmal was sagen. Bevor du jetzt gleich raus gehst, haben wir deine Familie. Ich vermisse meine Familie in Neuseeland, aber ich mag Deutschland. Es ist so viel ein Abenteuer. Die Voice of Germany ist eine große Chance für mich, für die deutschen Publikum zu lernen, wer ich bin. Ich singe den Song Pieces von Declan J. Donovan. Es ist viel Energie und ich liebe es zu singen. Ich werde mich froh. Ja! Das war's. 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 Das war's.